Herzlich Willkommen im Pornobus. Ich möchte jetzt wissen, was ihr über Frauen wisst. Meine Hose ist offen. Oh Gott, die Hose ist jetzt schon offen. Halt, stopp. Wie lange ist eine Frau in der Regel schwanger? Zwölf Monate. Zwölf? Ja. Wieder schwanger? 40 Wochen. Alter. Mein bester Freund ist gerade schwanger. Vorher steht die Einnüstung und das dauert auch. Hast du Kinder? Nein. Willst du welche? Selbstverständlich. Wie groß ist die Menge an Ejakulat beim Samenerguss? Wie viel? Das Glas hier, oder? Milliliter pro Gramm, was möchtest du? Liter. Wenn der die ganze Woche mit hat, kommt da mehr rausgeschossen. Man denkt immer so, wo kommt das sonst her? War das jetzt richtig? Das muss ich nachgucken. Birgit, dein Handy ist gesperrt. Für was steht die Abkürzung PMS? Please make sex. Periferes Muskelsystem. Pepp, pepp, pepp. Was könnte es sein? Penismenstruationsstörung. Dass man nicht umsen kann, wenn man seine Kacke hat. Was ist ein Blutpenis? Boah, das habe ich schon mal gehört. Der ist schon automatisch dick und wird auch nicht mehr so groß. 20 Zentimeter. Nein, stopp, das war der Fleischpenis. Wie schmeckt Sperma? Noch nie probiert. Was glaubt ihr, wie es schmeckt? Neutral. Was heißt neutral? Wie Wasser? Wie Milch? Oft völlig ein bisschen salzig. Milch hat ja Geschmack. Beantworte du uns doch die Frage. Edamame. Es ist nicht lecker, es ist nicht eklig. Es hat wenig Kalorien und Proteine. Low Carb. Was bedeutet Kunilingus? Kuni... Jetzt wird es verarschen. Lingus. Lingus ist, glaube ich, der männliche Penis. Kuni, Kuni, Kuni... Der weibliche Penis heißt dann Linga, oder was? Kann man unten rummachen. Kunilingus. Nein! Ich sehe schon mal, Oli! Was bedeutet Felatio? Felatio? Ist das eine Torte? Felatio hört sich aber gut an. Das ist was, ne? Das ist eine schöne Freizeitbeschäftigung. Einfach mal so Oralverkehr. Ja. Felatio, Miraculi ist fertig. No Job. Mädels, ihr wart super. Gar nicht so blöd, wie ihr aussah. Wie heißt das Wort? Felatio. Komm, das sagen wir einmal. Eins, zwei, drei. Felatio. Zähle fünf berühmte Frauen über 50 auf. Ja, dich? Ja, ich bin. Ich bin. Wir sehen uns müde. Das war ein,‹